Ein alter neuer Trend ist der sogenannte fraktionierte CO2-Laser. CO2-Laser kennen wir schon aus der Geschichte vor 20 Jahren. Früher hat man aber mit dem CO2-Laser die Haut komplett abgetragen, was natürlich sehr langwierig war, einen sehr langen Heilungsprozess nach sich gezogen hat und auch die Gefahr der Narbenbildung war gegeben. Jetzt hat man das modernisiert in diesen letzten zehn Jahren und jetzt ist man dazu übergelaufen, dass man einfach nur fraktioniert kleine Löcher mit diesem CO2-Laser schießt. Das heißt, in der Mitte bleiben Brücken von unbehandelter Haut und von diesen Brücken heilt dann die Haut ganz schnell wieder zusammen. Das gibt ganz fantastische Ergebnisse. Das ist eben für Leute, die wirklich Sonnenschäden haben, die wirklich Falten haben im Gesicht, wo man also eine gröbere Reparatur durchführen muss, wo aber mittlerweile der Ausfall auf sieben bis zehn Tage beschränkt ist. Dieser sogenannte fraktionierte CO2, in Los Angeles wird auch der sogenannte Cool-Laser genannt, mit dem auch Kim Kardashian sich schon einige Fälzchen wegläsern hat lassen. Cool-Laser wird er deswegen genannt, weil während man mit diesem Laser diese fraktionierte Therapie durchführt, wird parallel dazu mit einem ganz professionellen Kühlgerät, wird eiskalte Luft drauf geblasen. Das hat den Vorteil, damit man Hyperpigmentierungen im Zuge der Heilung verhindert. Es ergibt sich wirklich wahnsinnig schöne Ergebnisse, ganz natürlich. Die Haut wird fester, dicker, straffer und je nach Dicke der Falte, faltenfreier. Je nachdem, wenn die Falten sehr stark eingegraben sind, wird man ein, zwei Behandlungen brauchen. Das ist momentan in unserer Ordination der invasivste Eingriff, wo man wirklich mit sieben bis zehn Tagen Regeneration und gesellschaftliche Ausfallszeit rechnen muss. Aber das Ergebnis belohnt einen dann dafür.